Hallo und Willkommen zu den Switch Software Charts vom 5.4. bis zum 11.4.2022. Alle Spiele auf dem 1. Platz, Kirby in the forgotten Land auf dem 3. Platz, Star Wars, die Skywalker Saga auf dem 3. Platz, Star Wars, Lego Star Wars Eco refined, auf dem 3. Platz Star Wars, die Skywalker Saga definitivation auf den 3. Platz Star Wars, Lego Star Wars, die Skywalker Saga das war auf meinem Complete d Office Auf dem fünften Platz Mario Kart 8 Deluxe, auf dem sechsten Platz Unable 2, auf dem siebten Platz Mario Enterprise Kingdom Battle, auf dem achten Platz Limbo, auf dem neunten Platz FIFA 22 Legacy Edition, auf dem zehnten Platz Pokémon Argentin Arcus, ein exklusiv als Download. Auf dem ersten Platz Limbo, auf dem zweiten Platz Querstreff 3, auf dem dritten Platz Naruto Shibuden 9 oder so wie es heißt, auf dem vierten Platz, was heißt das, was ist denn das, auf dem vierten Platz ist Krono Cross 3 Deluxe Dreamers. Auf dem fünften Platz ist Among Us, auf dem sechsten Platz Worms BMD, auf dem siebten Platz Cuphead Don't Deal with the Devil, auf dem achten Platz Hope's Farm, auf dem neunten Platz Copca Police Competition, oder wie es auch immer heißt, wie heißt das Spiel, auf dem neunten Platz Copca Polizei Simulator Chase Car Games. Und auf dem zehnten Platz Family Ministers 3, auf dem zehnten Platz, auf dem zehnten Platz Family Ministers 3, Kriminal Ministers. Das waren die Sitzschäufe Charts vom fünften vierten bis zum elften vierten Jahr 2022. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!